Hallo und herzlich Willkommen. Heute wollen wir mal den FRITZ!Repeater 6000 zerlegen. Er ist in Sachen WLAN stärker als jede FRITZ!Box, ja sogar stärker als viele WLAN-Access-Points aus der Business- und Enterprise-Klasse. Er kann WiFi 6 aus drei Frequenz-Blocken gleichzeitig senden und empfangen. Die äußerlichen Hardware-Aspekte habe ich ja schon in diesem Unboxing-Video beschrieben. Um auch sein Innenleben besser zu durchschauen, schrauben wir ihn heute mal auf. Da sticht gleich eine schwarze Kühlplatte ins Auge. Im großen gelben Kasten sieht man eine Vertiefung im Kühlmetall. Diese erhöht den Druck auf die darunter liegende CPU. Genauer gesagt auf das SOC, also das System-on-Chip von Qualcomm. In den vier kleineren gelben Kästen sitzen vier Schrauben, die wir jetzt lösen, um das schwere Kühleisen abzuheben. In diesem gelben Kasten sehen wir die Wärmeleit-Paste, genauer gesagt den Wärmeleit-Streifen. Genau unter dieser rosaroten Wärmeleit-Streifen sitzt die CPU. Mit einem Plastik-Spatel können wir das silbrige Metallblech vorsichtig absprengen. Jetzt sehen wir schon wieder einen rosa-roten Wärmeleit-Streifen. Dieses Mal nun direkt auf der CPU, genauer gesagt auf dem System-on-Chip. Links daneben zwei Speicherbänke. Mehr dazu später. Jetzt erst mal weiter mit dem groben Überblick. Rechts oben sehen wir zwei weiße Kästchen. Da sitzen die LAN-Ports für 1000 und für 2500 Megabit drin. Ganz rechts oben auf der Ecke die schwarze Powerbuchse. Da kommt der Gleichstrom aus dem Netzteil in den Fritz-Repeater herein. In der unteren Hälfte der Platine sitzen drei WLAN-Funkeinheiten. Links für 2,4 GHz. Mittig und rechts für die beiden Frequenz-Blocke im 5 GHz Band. Und hier ein erster Überblick zu den 12 Antennen, die sich in den acht gelben Kästchen verbergen. Die Rückseite der Fritz-Repeater-Platine ist nicht ganz so spannend. Ich zoome trotzdem mal ein bisschen rein. Links oben, rechts oben, links unten, rechts unten. Das Interessanteste am Fritz-Repeater 6000 ist neben dem 2,5 Gigabit-LAN-Port natürlich seine starke WLAN-Ausstattung. Im 2,4 GHz Band funkt er maximal 1200 Megabit. Im 5 GHz Band funkt er zweimal 2400 Megabit, also 4800 Megabit. In Summe also 6000 Megabit. Deshalb heißt er auch Fritz-Repeater 6000. Alle Werte sind gerundet und auch nur Brutto. Netto kommt bei WLAN weniger raus. Maximal 50 bis 70 Prozent vom Brutto. Unter besten Bedingungen. Und das auch nur auf kurze Distanz. Deshalb muss man WLAN ja auch testen, wenn man die wahre Netto-Leistung erfahren will. Die drei Frequenz-Blocke des Fritz-Repeater 6000 sieht man auch in der Software unter der Rubrik Funknetz. Klappen wir speziell das 5 GHz Band auf, dann wird klar, der 5G-1-Block funkt ab Kanal 36, der 5G-2-Block des Fritz-Repeater 6000 funkt ab Kanal 100 aufwärts. Hinter der schönen WLAN-Software steckt diese WLAN-Hardware. Links unten ein schwarzer Qualcomm QCN 5024 WLAN-Prozessor. Der funkt maximal vier WLAN-Ströme im 2,4 GHz Band. Er liefert die Funkstandards IEEE 802.11B, G, N und AX. Wobei AVM im Fritz-Repeater 6000 die Gattung 11B abgeschaltet hat, weil sie zu viel Airtime frisst. Mittig und rechts außen sitzt jeweils ein schwarzer Qualcomm QCN 5054 WLAN-Prozessor. Je nach Verschaltung kann er maximal acht WLAN-Ströme im 5 GHz Band generieren. Damit werden die WLAN-Gattungen 802.11AN, AC und AX bedient. Das ist eine wirklich sehr potente WLAN-Hardware, die ich von einem AVM-Repeater nicht erwartet hätte. Das ist kein Spielzeuge-WLAN, das ist Hardware aus der obersten Enterprise-Klasse, wie sie auch Cisco, Huawei und Rukus in ihren stärksten WLAN-APs weit oberhalb von 1000 Euro Stückpreis verbaut haben. Mit solcher WLAN-Technik werden auch Bahnhöfe, Flughäfen, Bürotürme und Fußballstadien ausgestattet. Also Orte, wo sehr viele Menschen gleichzeitig WLAN nutzen wollen. In meinem ganz konkreten Fritz Repeater 6000 steckt jedenfalls die gleiche CPU und auch die gleichen Funk-Module wie in dem über 1000 Euro teuren Enterprise WLAN-AP Cisco Meraki MR55. So einen konnte ich schon Anfang 2020 testen. Damals kam er als WiFi-6-Flaggschiff von Cisco Meraki auf den Markt. Cisco ist mit circa 40 Milliarden Euro Jahresumsatz der Weltmarktführer im Bereich Enterprise WLAN. Kennt man die Cisco-Preise, dann wirkt der ansonsten vielleicht abschreckende UVP des Fritz Repeater 6000 von 219 Euro schon fast geschenkt. Ansonsten sind 219 Euro für einen privaten WLAN-Repeater natürlich schon ein sehr gehobener Preis. Okay, der Cisco MR55 hat auch noch einen 5 Gigabit LAN-Port mit PUE, Power-over-Ethernet-Strom-Zuführung. Das hat der Fritz Repeater 6000 nicht. Aber so eine PUE-Buchse hat keine Auswirkung auf die WLAN-Funkleistung. Die WLAN-Prozessoren geben ihre WLAN-Ströme an die WLAN-Antennen weiter. Laut AVM hat der Fritz Repeater 6000 12 Antennen. Die sitzen in den acht gelben Kästchen. Warum nur acht? Ganz einfach, von links oben kommend, sitzen in den Kästchen zwei, drei, vier und fünf jeweils zwei Antennen, eine für 2,4 und eine für 5 GHz, also Dual-Band-Antennen. So kommt man in Summe dann eben doch auf zwölf Antennen. Die silbrige Stab-Antenne links oben schaut aus der Platine heraus. Sie macht eine dritte räumliche Dimension auf. Die restlichen elf Antennen sind direkt in die Platine integriert. Die Dual-Band-Antennen sind etwa 10 und 17 mm lang. Zurück zur CPU, genauer gesagt zum System-On-Chip. Das sitzt wie gesagt hinter der Vertiefung, unter der schweren Kühlplatte, die wir jetzt abschrauben. Mit einem Plastikspatel hebeln wir das silbrige Schutzblech ab. Darunter sitzt die CPU, genauer gesagt das System-On-Chip. Ziehen wir auch hier das rosa-rote Wärmeleitband ab. Dann offenbart sich ein Qualcomm IPQ 8074A mit einer Quad-Core-CPU und einer Taktfrequenz von 2 GHz. Hier die kompletten Technik-Daten aus der Website von Qualcomm. Wie man sieht, kann das System-On-Chip bis zu 12 MIMO-Funkströme gleichzeitig bedienen. Und schon wieder fehlt mir der weiße Cisco Meraki MR55 WLAN-AP für ueber 1000 Euro aus dem Jahre 2020 ein. Der hat sogar die gleiche CPU verbaut wie mein konkret zerlegter Fritz Repeater 6000. Aber auch im weltweit allerersten 11ax WLAN-Enterprise-Flaggschiff Huawei AP7060DN steckt eine Quad-Core-CPU Qualcomm IPQ 8074. Dazu muss man wissen, die Genesen haben den 11ax-Standard im IEEE, alias Institute of Electrical and Electronic Engineers maßgeblich mitentworfen und in den entscheidenden Phasen den Vorsitz in diesem globalen Normungsgremium in New York gefuehrt. Last but not least hat auch der technisch hoch angesehene WLAN-Enterprise-Ausrüster Rukus, seinem ersten 11ax-Flaggschiff Rukus R730 die gleiche Quad-Core-CPU Qualcomm IPQ 8074 spendiert wie AVM nun seinem 11ax-Fritz-Repeater 6000. Der Rukus R730 hat ebenfalls 5 Gigabit LAN mit PoE. Der Huawei AP7060DN bietet sogar 10 Gigabit LAN samt PoE. Ausserdem sind alle drei Enterprise APs von Cisco, Huawei und Rukus fuer Wand- und Deckenmontage geruestet. Solche Business-Features haben die Fritz Repeater 3000 und 6000 erst mal nicht. Aber auch fuer sie gibt es diebstahlhemmende Racks und Wandhalterungen als Zubehör im Internet, ja sogar Regenhauben fuer den Outdoor-Einsatz, etwa von Grappe IT. AVM selber kommuniziert, bestaetigt oder dementiert das starke Innenleben des Fritz Repeater 6000 leider nicht, auch nicht auf Anfrage. Die Details zum Innenleben musste ich mir alle selber zusammenkratzen. Wenn hier also ein Super-Experte zuschaut, der einige Details besser weiß als ich. Bitte immer gerne direkt unter dem Video ergänzen oder korrigieren. Ich freue mich ueber jeden konstruktiven Kommentar. Doch warum kommuniziert AVM derart starke Hardware-Fakten des Fritz Repeater 6000 nicht selber? Vermutlich wollen sich die Berliner Fritz-Box-Macher technische Veraenderungen unter der Gehaeuseoberfläche waehrend des gesamten Produktzyklus offen halten. Das ist nachvollziehbar, gerade in Zeiten von Pandemie, Schiffsblockaden, Prozessorenknappheit und fragilen Lieferketten. Ich kann hier also nur erzählen, was in meinem ganz konkreten Fritz Repeater 6000 drinsteckt. In der Hoffnung, dass die restliche Serienware genauso stark ausgestattet ist. Die ueppige Hardware des Fritz Repeater 6000 erlaubt schon durch die drei Funk-Module in Summe den Anschluess von etlichen WLAN-Endgeraeten. Die Last laeßt sich gezielt auf drei Funk-Prozessoren verteilen, sofern man die drei Funkzellen durch drei getrennte SSID-Netzwerk-Namen separiert. Ausserdem ist der juengste Funk-Modus 11ax, alias Wifi-6, auch schon grundsaetzlich durch das Zugriffsverfahren OFDMA, alias Orthogonal Frequency Division Multiple Access, auf die Versaugung von etlichen WLAN-Endgeraeten gleichzeitig optimiert. Das konnten die bisherigen 11ac-Wifi-5-WLAN-Boxen noch nicht so gut. Wer also das Gefuehl hat, dass seine 11ac-Fritz-Box oberhalb von 10 bis 20 WLAN-Endgeraeten schon mal anfengt zu schwaechen, koennte sie testweise ja mal mit einem Fritz Repeater 6000 entlasten. Zurueck zum Innenleben. Rechts neben der CPU sitzen zwei Nanja-Speicherbänke mit jeweils zwei Gigabyte Speicherkapazität. Zu guter Letzt rechts oben die zwei weißen LAN-Buchsen. Die obere fuer 1 Gigabit, die untere fuer 2,5 Gigabit, alias 2500 Megabit pro Sekunde. Hier bestaetigt der Fluke Microscanner gerade den hoechsten Speed-Level von 2500 Megabit. Die LAN-Buchse kann aber auch auf 1000, 100 oder 10 Megabit herunterschalten, was das Messgeraet ebenfalls anzeigt. In der Software laesst sich der maximale Speed der 2,5 Gigabit-Buchse auf 1 Gigabit oder auf 100 Megabit begrenzen. Und hier ein letzter Nahblick auf die zwei LAN-Buchsen, falls jemand die Elektronik-Bausteine noch weiter recherchieren will. Links die weiße 1 Gigabit-Buchse, rechts daneben der weiße 2,5 Gigabit-Port. Das war mein Galopp durch das Innenleben des Fritz Repeater 6000. Weitere Infos zum Fritz Repeater 6000 findet ihr in meinem Unboxing-Video. Und in diesem Video gibt es Tipps zur Konfiguration als LAN-Brucke, sprich als WLAN-Access Point hinter einer Fritzbox. Demnaechst plane ich auch ein Video mit Messwerten aus verschiedenen WLAN-Szenarien. Unter anderem habe ich getestet, was passiert, wenn ich mit zwei schnellen Rechnern gleichzeitig über zwei verschiedene 5 GHz Frequenz-Blocke zweimal 50 Gigabyte an Daten gleichzeitig aus einer 10 Gigabit-NAS-Station hinter dem Fritz Repeater 6000 herunterlade. Nur mal so viel vorab, die CPU des Fritz Repeater 6000 geht auch bei dieser Doppelbelastung nicht in die Knie. Wenn Ihr die Messwerte im Detail oder auch andere WLAN-Videos nicht verpassen wollt, freue ich mich über ein Abo meines Kanals, am besten gleich mit Glocke. Fragen, Kommentare und Eure Meinung zum Fritz Repeater 6000 bitte gerne in die Kommentarspalte. Ansonsten erst mal vielen Dank fürs Zuschauen, und alles Gute bis zum nächsten Mal.